Hallo und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos, ja darüber wie man so einen Jail-Command schreibt. Im letzten Teil sind wir ja schon so weit gekommen, dass man einen Befehl eingeben kann, wie hier, mit einer Spieler-ID, dann eine Zeit, die halt aktuell noch nicht benutzt wird und die dann den Spieler schon mal teleportiert. Das heißt, das Grundlegende haben wir schon gemacht und wie wir dann jetzt die ganzen Sachen so bauen, dass der Spieler auch wieder entlassen wird und so weiter und dass ihm auch angezeigt wird, wie lange er noch hier im Knast verbringen muss, das schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Und dazu werden wir nahtlos anschließen an das, was wir im letzten Video gemacht haben. Das heißt, wer jetzt nicht weiß, wie das hier alles zustande kommt, der muss sich einmal das letzte Video anschauen oder einmal das Video pausieren und das dann eben kopieren, um dann eben genau an dieser Stelle hier mitmachen zu können. Genau, und wir werden einmal damit anfangen, einmal hier zu den Entity-Cords auch noch ein Entity-Heading zu setzen. Das heißt, damit können wir vorgeben, in welche Richtung der Spieler schaut. In meinem Fall war das jetzt die ganze Zeit sowieso schon richtig, aber einfach damit man da quasi auch auf Nummer sicher geht, wenn ihr andere Koordinaten verwendet. Das Ganze würden wir machen mit Player-Pet, also Set-Entity-Heading, Player-Pet, und dann eben die Jail-Cords.Wort für Rotation. Und was jetzt natürlich noch Sinn macht, ist, dass man dem Spieler mit ausgibt, wie lange er dann in den Knast geschickt wurde. Und dazu möchte ich jetzt einmal eben eine Funktion importieren. Die haben wir auch schon etliche Male benutzt, deswegen copy-paste ich die hier eben einmal. Landet natürlich wieder in der Videobeschreibung, sodass ihr euch die dort auch rauskopieren könnt. Und dann verwenden wir die hier einfach, indem wir jetzt hier Show-Notification aufrufen. Und dann können wir jetzt hier sowas eingeben wie, ja, du bist nun für x Sekunden. Ich mache das hier mal in gelb oder so, damit sich das einfach ein bisschen abhebt. Seconds ist ja die Anzahl der Sekunden. Du bist nun für x Sekunden. Sekunden machen wir auch noch in gelb. Und dann schreiben wir hierhin im Gefängnis. So, dann hat der Spieler schon mal die Info darüber, wie lange er da zu verbringen hat. Und was wir aber jetzt natürlich machen müssen, so wird er erstmal rein teleportiert und würde dann nicht mehr rauskommen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Und genau deswegen bauen wir uns jetzt gleich einmal einen Thread, ja, hier in dem quasi die Zeit immer runtergezählt wird. Das heißt, wir erstellen uns einen neuen Thread. Das Ganze geht mit citizen.createThread. Dann schreiben wir hier eine Function rein und wir bauen uns eine While-Schleife. Das heißt, wir machen jetzt einfach While to do und end. Und ganz wichtig, natürlich in eine While-Schleife muss immer ein Wait rein, weil wir uns ansonsten den Server abschießen. Ich mache jetzt hier ein citizen.wait von 1000, also genau von einer Sekunde. Das heißt, alles, was hier drin ist, passiert jede Sekunde. So, und jetzt würde ich auf jeden Fall quasi eine Sache noch machen. Und zwar würde ich mir ein Boolean global definieren. Und zwar ein Local is in Jail. Den setze ich jetzt mal am Anfang zu False. Das macht einfach Sinn, den zu setzen, damit diese Abfrage hier nicht immer durchgeführt wird. Wir müssen uns ja gleich noch speichern, wie lange der Spieler noch im Gefängnis zu bleiben hat. Und wir möchten das ja aber nur quasi auch ändern und so weiter. Und müssen da ja nur weitere Abfragen machen, wenn der Spieler auch wirklich im Gefängnis ist. Und entsprechend gehen wir jetzt einmal hier in diese Funktion rein. Und setzen uns einmal das is in Jail zu True. Genauso sollten wir auch nochmal global uns das speichern, was ich gerade gesagt habe. Nämlich die Remaining Seconds, also die Zeit, die der Spieler noch im Gefängnis zu verbringen hat. Standardmäßig muss natürlich kein Wert zugewiesen sein. Wir können auch einfach Standardmäßig auf 0 setzen. Das ist im Grunde egal. Und sobald er dann quasi hier ins Gefängnis geschickt wird, setzen wir Remaining Seconds auf genau den Wert, der auch zugewiesen wurde. von dem Polizist, der diesen Befehl ausgeführt hat. So, und was wir jetzt machen, ist, wir fragen hier ab, ob der Spieler denn im Gefängnis ist. Denn ansonsten ist uns das im Grunde egal. Dann interessiert uns der Spieler nicht, dann passiert gar nichts weiter. Aber wenn er im Gefängnis ist und die Remaining Seconds, also die verbleibende Zeit, größer als 0 ist, dann möchten wir, dass die natürlich um eine Sekunde runtergesetzt wird. Weil ansonsten würde sich die Zeit ja nie verringern. Das machen wir mit Remaining Seconds. Das ist gleich Remaining Seconds minus 1. Und die andere Konsequenz wäre natürlich, wenn das hier nicht mehr der Fall ist, also wenn das, ja, wenn die verbleibende Zeit nicht mehr größer als 0 ist, dann hat er offensichtlich seine Strafe abgesessen. Entsprechend können wir Is in Jail, Is gleich False setzen. Und können noch eine Notification mitsenden, sowas wie, so, was weiß ich, du wirst entlassen oder so. So, du wirst entlassen, Punkt, Punkt, Punkt. Können natürlich ändern, wie ihr wollt. Das jetzt einfach nur mal, ja, um so grob was zu liefern. Und dann finde ich es auch noch ganz schön, dass man den Spieler immer mal wieder, ja, daran erinnert, wie lange er denn da noch bleiben muss. In meinem Beispiel werde ich natürlich hier nur mit geringen Sekunden Anzahl, also mit geringen Werten testen. Das heißt, ja, klar, nicht mit mehr als 30 Sekunden oder so. Wenn ihr das nachher wirklich für den Server implementieren möchtet, dann müsst ihr natürlich jetzt hier gleich was anderes wählen. Denn ich werde jetzt zum Beispiel einfach mal abfragen, If Remaining Seconds ist gleich gleich 5 or Remaining Seconds ist gleich gleich 10 or Remaining Seconds gleich gleich 20. Und dann soll er immer, ja, nochmal eine Nachricht schicken. Was weiß ich, es verbleiben noch. Hier hast du mal ein Orange. Dann hebt sich das nochmal so ein bisschen ab. Es verbleiben noch. Und dann können wir hier Remaining Seconds einsetzen. Ja, genau, was ich damit meinte eben gerade ist, hier frage ich jetzt ab, ob zum Beispiel 5 Sekunden gerade noch verbleiben, ob noch 10 Sekunden, noch 20 Sekunden verbleiben. In eurem Fall, wenn man höhere Werte verwenden wollen würde, macht es natürlich eventuell Sinn, hier zu sagen, ja, 180, 300. Man kann hier natürlich beliebig viele Werte auch noch hinzufügen. Einfach hier mit, oh, Remaining Seconds ist gleich gleich 25 oder was auch immer. Kann man halt hier immer weitermachen. Und so hätte man dann quasi, ja, immer wieder eine Nachricht zu diesen ganzen Zeitpunkten. Das ist schon mal eine gute Sache. Das bedeutet, dem Spieler wird jetzt immer wieder angezeigt, wie lange er dort noch bleiben muss. Und ihm wird auch angezeigt, wenn er entlassen wird. Das einzige Problem ist jetzt, er wird nicht mehr zurückteleportiert. Und damit wir das machen können, müssen wir uns zuallererst wieder einmal speichern, wo der Spieler denn zuletzt war. Denn das können wir ja vorher auch nicht wissen. Ihr könnt das natürlich auch einfach fest definieren. Ich finde es aber cooler, wenn das Script quasi jetzt einfach mal speichert, wo der Spieler vorher war. Wenn man das richtig gut machen möchte, müsste man das jetzt natürlich über die Datenbank machen, damit das auch nach dem Verlassen des Servers von dem Spieler oder so noch erhalten bleibt. Das ist in diesem Fall natürlich dann jetzt nicht so. Das bedeutet, wir speichern uns jetzt die Local Last Player Chords. Das hier ist natürlich nur ein Variablen Name, dem ich jetzt gleich einen Wert zuweisen werde. Das heißt, global definiert, Last Player Chords. Und sobald der Spieler ins Gefängnis geht, also bevor wir ihn teleportieren, das ist natürlich wichtig, sonst macht das Ganze keinen Sinn, fragen wir einmal ab, die Get Entity Chords des Player Pads. Und damit haben wir das dann jetzt gespeichert. Und was wir natürlich jetzt machen müssen ist, sobald wir den Spieler entlassen, müssen wir ihn zurücksetzen, ja, zu seiner ursprünglichen Location. Und das machen wir wieder mit Set Entity Chords. Jetzt nehmen wir das Player Pad. Und geben dann jetzt hier an, LastChords.x, LastPlayerChords.y und LastPlayerChords.z. So, damit sollte der Spieler dann zurück teleportiert werden. Und im Grunde müsste es das auch schon sein, das hier ist jetzt quasi, ja, das, was jede Sekunde einmal runterzielt, wenn der Spieler im Gefängnis ist. Und ob das alles so ein und frei funktioniert, das schauen wir uns auch direkt in Game an. Und wir testen das Ganze jetzt einmal in Game. Das heißt, ich gebe jetzt hier einmal den Befehl ein, JL2, 10 Sekunden. Und wir schauen mal, ob das funktioniert. Wir sehen schon, die erste Nachricht funktioniert schon mal mit den 10 Sekunden. Dann haben wir hier 5, 4, 3, 2, 1. Müssten gleich zurück teleportiert werden. Aber wir sehen, das funktioniert jetzt gerade noch nicht. Das heißt, wir müssen noch einmal eben in den Code springen und uns anschauen, was dort nicht funktioniert. Und mir ist das eben gerade schon aufgefallen, bevor ich testen wollte. Ich greife hier auf den Player Pad zu. Auch definiert, aber halt hier oben nicht. Ja, das ist natürlich klar, dass das dann nicht funktioniert. Das bedeutet, wir müssen halt hier entweder das hier einmal kopieren und hier oben irgendwie einfügen. Oder, da wir es ja eh nur einmal brauchen, können wir auch einfach hier das Player Pad mit Player Pad ID replacen. Und dann funktioniert das auch. Das heißt, jetzt sollten wir einmal zurück in Game gehen können. Zack, ich switch noch einmal um. Wir restarten einmal das Script, das Jail Script. Und geben das nochmal ein. Jetzt meinetwegen auch für 15 Sekunden. Schauen nochmal, Nachrichten kommen. Also, Script funktioniert anscheinend. Und jetzt warten wir nur noch einmal, ob er uns dann jetzt auch zurück teleportiert. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und dann müsst ihr uns ja vorne, genau, jetzt zurück zur Tür teleportieren. Das sieht soweit erstmal gut aus. Und dann würde ich sagen, funktioniert das alles einwandfrei. Und ja, dann hoffe ich, dass der eine oder andere aus dem Video doch was mitnehmen konnte. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.